Ich komme bei einem Date-Video. Es war auch... Ich war bei mir ein Clip. Erst geht's erstmal darum, dass schon wieder bald mein Dienstag ist. Sie nehmen schon die zwei vorherigen Jahre. Ich meine Fresh Mango und dann... Ich mache ungefähr diese Sektas. Ihr seht ja sechs Mannschaften. Und jetzt wird es weiter. Und da ist sie in die Bayern. Sorry, Leute. Ich kann den meisten halt nicht das lassen, Leute. Nein, es muss leider bei einem anderen Mannschaften gesungen sein. Oh, Leute, ich bin ein Bayern-Fan-App. Ich lasse es auch nicht dazu zu, dass sie nicht zur Auflösung richtig grottet. Und natürlich, ohne Überraschung, die Bayern auf Nasenplatz. Hallo, Leute. Willkommen bei einem neuen Michael Bauer auf einem Video. Scheiße, ist das weh? Kannst du das bitte aufwarten, Leonie, bitte? Ich habe ein paar Dinge verkauft, okay? Ich mache ein Video. Kein... Also... Niemand hat gewonnen. Gebt ein Liss-Like. Das nächste Spiel erfahrt hier um in 18 Minuten. Oder nee? Ah, ja. Ja, ja. Und es war vom Freistoß, wo einer gefoult hat. Ja, und ich habe ein Bayern-Bürtchen-Trikot an. Ah, das ist auch ein Scheißigal. Leute, warte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Am besten die Teams, die nach meiner Meinung, ja, zusammen kommen können. Auf dem ersten Platz der Bundesliga-Zeit. Nach meiner Meinung, wer dann des nächsten Themas, nach meiner Meinung, lustig wäre, wenn... Appel-Rest, Appel-Rest, Appel-Rest. So, va. Today I have a Frisch-Rest. Und da, und da, und da, und da, und da, und da.